Hallo und herzlich willkommen meine lieben Freunde zu einem neuen Infovideo zu der Zukunft von F1 Manager 22. Und zwar hat Frontier folgendes geschrieben zu dem nächsten größeren Update. Hallo zusammen, nachdem der USA GP im Rückspiegel liegt, wollten wir euch über die kommenden Pläne für das Spiel informieren. Unser Team arbeitet derzeit an einem Update für den F1 Manager 2022, das sich mit weiteren von Spielern geplanten Themen befasst. Dazu gehören mehrere visuelle Aktualisierungen der Automodelle für die offiziellen F1 Teams. Wir haben ja aussehend weiter differenziert, indem wir einige der wichtigsten Merkmale der 2022er Designs F1 Teams implementiert haben. Meine Güte, darunter Autoteile und Lackierung. Außerdem haben wir positive Änderungen in Bezug auf Probleme mit dem Benzinverbrauch während der Qualify-Sitzung vor und korrigieren, fehlerhafte Berechnungen der geschätzten Rennzeit sowie weitere Optimierung. Das hatte ich ja auch, Leute. Ich hatte ja ganz, ganz oft, dass ich eine Hotlab gemacht habe und dann ist der Fahrer halt nicht ins Ziel gekommen wegen Spritverbrauch. Und das ist disqualifiziert worden. Ich denke mir, da kann man wohl nicht angehen. Aber gut, daran arbeiten die. Perfekt. Dieses nächste Update für den F1 Manager 2022 wird das letzte größere Update sein, das auf dem Feedback der Spieler eingeht oder Änderungen und Ergänzungen vorschlägt. Alle darauf folgenden Updates werden kleinere Patches sein, die das Gameplay nicht spürbar beeinflussen. Das ist erstmal schade. Um sicherzustellen, dass die kommenden F1 Manager Projekte ihr Potenzial ausschöpfen und die Erwartungen sowohl unseres Teams als auch unserer Community erfüllen, muss sich das Entwicklungsteam nach diesem kommenden Update voll und ganz auf die Projekte nach dem F1 Manager 2022 konzentrieren. Ich habe ein weines und ein lachendes Auge, Leute. Das lachende Auge deswegen, weil das Team selber erkennt, die sind ja in einem unfassbar krassen Druck. Ich kenne keine Deadlines. Ich weiß nicht, wie lange die wirklich, wie lange die Zeit haben, sag ich mal, für das nächste Spiel mit allen drum und dran. Aber ich finde dafür, dass sie das erste Manager Game gemacht haben, haben die echt schon was Gutes, Krasses vorgelegt, sag ich mal. Und wenn die selber erkennen, dass die den Fokus auf das nächste Spiel legen müssen und nicht auf dieses, damit das nächste Spiel noch geiler wird, kann ich das verstehen. Das war eine Auge deswegen, weil es natürlich schade ist, dass das halt gerade mal zwei Monate sind. Also ich würde das ja verstehen, wenn die sagen, nach einem halben Jahr, Jahr oder sowas, wird es halt eben weniger oder so. Na klar, ich meine, keiner aktualisiert große heftige Updates, wenn das neue Spiel draußen ist. Trotzdem ist das natürlich irgendwie ein bisschen schade. Weiter geht es hier im Text mit folgendem. Seitdem wir die F1 Manager Community gegründet haben, haben wir auf ihr Feedback und ihre Meinung gehört und darauf reagiert, wann immer es möglich war. Und das wird sich auch nicht ändern. Wichtige Berichte und Wünsche aus der Community rund um den F1 Manager 2022, die noch nicht gelöst sind, werden bei der Entwicklung zukünftiger Versionen dieses Franchises weiterhin Priorität haben. In diesem Sinne, bitte teilen Sie uns Ihre Gedanken an den üblichen Stellen mit, denn wir werden sie während der Entwicklung verfolgen. Guck mal, das ist doch geil. Ich meine, alle Wünsche, die wir jetzt haben, solange sie halt irgendwo sinnvoll sind, sag ich mal, werden ja irgendwo berücksichtigt. Na klar, kannst du nicht alles berücksichtigen, sicher. Manches werden die auch nicht abnicken und sagen, nee, pass auf, das haut halt eben nicht hin. Aber von der Idee her liest sich das doch erstmal gut. Nur, dass sie das nicht in diesem Spiel halt eben pushen werden, sag ich mal, sondern halt eben im nächsten Spiel. Und ich sag mal, ich kenne ja auch ein paar Leute, die halt sagen, nee, F1 Manager reicht jetzt erstmal. Von daher finde ich die Entscheidung, das in dem nächsten Game zu machen, gar nicht so schlecht. Von der Idee her. Außer die hauen natürlich so ein heftiges Update raus, dass sich das halt wieder so richtig lohnen würde wie ein DLC, sag ich jetzt einfach mal. Weiter geht's mit Chris und ich werden auch nach dem letzten Update und darüber hinaus auf alle unseren Kanälen aktiv sein, um Fragen zu beantworten, Inhalte zu erstellen und generell mit unseren Spielern zu plaudern. Wir lieben es, eure Geschichten zu sehen, Vorschläge zu lesen und mit euch über F1 auszutauschen. Also das wird nicht aufhören. Wir haben es schon oft genug gesagt, aber danke, dass ihr weiterhin Teil dieser neuen Community seid und von Anfang an auf dieser Reise... Ne, warte mal, Verzeihung. Wir haben es schon oft gesagt, aber danke, dass ihr weiterhin Teil dieser neuen Community seid und uns von Anfang an auf dieser Reise begleitet. Der F1 Manager 2020 ist der erste Anfang und wir können es kaum erwarten, in Zukunft noch mehr mit euch zu teilen. Leute, ich muss ganz ehrlich sagen, natürlich ist es irgendwo ein Schlag ins Gesicht, dass es halt wie gesagt nach zwei Monaten schon endet. Es kommt noch ein größeres Update und dann kommen nur kleinere Sachen, die das Spielerlebnis aber nicht wesentlich ändern. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, eigentlich ist es doch das, was wir wollen. Ich meine, heute bei COD sieht man das zum Beispiel wieder. Man hat sich schon darauf eingestellt, dass die Lobbys natürlich ein bisschen broke sind. Und wenn das Entwicklerteam hier sagt, pass auf, wir müssen uns ein bisschen zurückhalten mit der Entwicklung von diesem Spiel, wir gehen gleich weiter ins Nächste. Ist es zwar nicht das, was ein Fan eigentlich hören will, aber ja eigentlich auch wieder die richtige Entscheidung. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Findet ihr das gut, wie die das entschieden haben? Sagt ihr selber, nee, Moment, das funktioniert so nicht. Was ist eure Reaktion auf diese Nachricht? Schreibt es gerne in die Kommentare. Sagt es mir gerne auf twitch.tv slash Invertmaster. Ich werde auch gleich live gehen. Ich denke mal, wenn das Video, es ist jetzt knapp 12 Uhr, wenn das Video live ist, werden wir auch live sein. Und ja, ich freue mich auf euer Feedback. Böserhin, euer Invertmaster. Ich freue mich auf das Video.